Kunstmusik ist ein Abgrenzungsbegriff von Musikstilen, die einer Hochkultur zugerechnet werden sollen, die im Unterschied zu anderen Musikformen mit bestimmten Funktionen, etwa der Programmmusik oder der Tanzmusik, als autonome Kunst angesehen werden. Aufgrund der Fortentwicklung des Kunstbegriffs grenzt sie sich von der Volksmusik und der Musik der Subkulturen ab. Im Gegensatz zum gelegentlich synonym verwendeten Begriff hernste Musik, der sich von unterhaltender Musik abgrenzen soll, liegt die Betonung folglich auf dem künstlerisch-kulturellen Anspruch eines Werks. Entwicklung Bis etwa zum 19. Jahrhundert lässt sich Kunstmusik recht klar als die Musik der oberen sozialen Schichten umreißen, die höfische oder kirchliche Funktionen erfüllt. Der Autonomieanspruch kommt mit den Umwälzungen des 18. und 19. Jahrhunderts auf, in denen das aufstrebende Bürgertum eigene Kunst- und Musikinstitutionen ausbildet, die Träger der maßgeblichen Kunstmusik werden. Im 20. Jahrhundert wird die Abgrenzung mit zunehmender Pluralisierung der Gesellschaft schwieriger. Die vormals das Konzept der Kunstmusik tragenden, klar abgeschlossenen Gesellschaftskreise lösen sich auf. Während das sich öffnende kulturelle Angebot breiteren gesellschaftlichen Schichten den Zugang zu allen Seiten des Musikbetriebs ermöglichte. Im sogenannt konkurrierender Avantgarden gerät der Kunstbegriff in den Streit zwischen einer klassizistisch-akademischen Auffassung und einer Fortschrittsgläubigkeit, die in Adornos Kanon des Verbotenen gipfelt. Obwohl schon im Anbeginn der Avantgarden selbst die Musik plural verfasst ist, bricht zu Beginn der 1970er Jahre endgültig die Vorstellung zusammen. Kunstmusik durchlaufe eine lineare Fortschrittsbewegung. Zugleich sind alle westlichen Musikströmungen vom Jazz bis zum Heavy Metal durch ihre Fixierung und Verbreitung in Tonaufnahmen in einem Maße ausdifferenziert, was vorher nur in der notierten Konzertmusik möglich erschien. Eine klare Trennung in der Kunstmusik zu zurechnende Musik und Musik ohne einen solchen Kunstanspruch ist dadurch hoffnungslos erschwert. In Analogie zu den bildenden Künsten und ihrer Hauptströmungen seit den 1970er Jahren lässt sich vermuten, dass der Begriff sich faktisch nicht mehr auf Nachfolgeentwicklungen der bürgerlichen Konzertmusik begrenzen lässt. Kriterien Der künstlerisch-kulturelle Wert eines Werkes ist nicht erst seit dem Ende des Serialismus objektiv schwer zu bemessen. Allgemein verbindliche Kriterien für Kunstmusik wie etwa exakte Festlegung in Notationen lassen nicht mehr aufstellen, weil bedeutendst gewordene Werke, die ZB, mit Aleatorik oder Improvisation arbeiten, gemeinhin zur Kunstmusik gerechnet werden ohne noch einheitliche formale Merkmale aufzuweisen. Es ist zunehmend nicht mehr möglich, auf Materialleigenschaften zu verweisen, die eine klar abgrenzbare Musiksphäre definieren. Dies wäre unproblematisch, würden nicht auch andere Genres mittlerweile einen Kunstanspruch erheben, der sich anhand formal-ästhetischer Kriterien nicht mehr zurückweisen lässt. Dies war zunächst vor allem im Jazz der Fall und erreicht mittlerweile einzelne Vertreter praktisch aller Genres, die unabhängig von der neuen Musik auf den Grundlagen ihres jeweiligen Feldes aus differenzierte, innovative und hochindividuelle Werke schaffen. Das ohnehin fragwürdige Ausschlusskriterium der Funktionalität greift hier nicht mehr. Auch ist die neue Musik als Bezugsgröße in den anderen Kunstsparten weitestgehend entfallen, was auf eine gesamtgesellschaftliche Umwertung dessen, was als Hochkultur oder Kunst angesehen wird, hindeutet. Konnten sich etwa Thomas Bernhard oder Gerhard Richter noch auf diese beziehen, ist die Musikreferenz bei Künstlern jüngerer Generationen wie Z. B. Andreas Gurski, Wolfgang Tillmanns oder Reinhard Götz Techno. Er gibt sich nach Pierre Bourdieu der künstlerische Rang aus der Fähigkeit der Selbstteilenordnung in das bestehende künstlerische Feld. So definiert sich in der Folge der beschriebenen Entgrenzung die aktuelle neue Musik mittlerweile vorrangig institutionell. Mit ihrer Orientierung an Ausbildungswegen, Preisen, Festivals und Auftragswerken scheinen ihre Kriterien daher nur noch akademisch zu sein. Ähnlich erfolgt auch die Einstufung der GEMA von Werken in die Kategorien E und U vorrangig nach dem Aufführungsort und Zusammenhang. Ausblick Da die zur neuen Musik konkurrierenden Jarres eigenständige Institutionen inklusive einer Musikkritik ausgebildet haben, wird der Streit um das Kunstmonopol der neuen Musik fast nur beim Zugriff auf Subventionsgelder geführt. Der auf der Argumentation einer kulturellen Sonderstellung beruht, wurde unter Hinweis auf das Bestehen einer Kulturindustrie auch ein Subventionsmonopol der neuen Musik verteidigt. Haben die durch die Digitalisierung herbeigeführten Umwälzungen einem Großteil der Genres einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen Grundlage entzogen, sodass von einer Industrie kaum noch die Rede sein kann. Unter diesen ökonomischen Bedingungen gerät der Begriff der Kunstmusik erneut unter Druck, da nun Vertreter aller Genres entweder eine Sonderstellung oder besondere gesellschaftliche Relevanz argumentieren müssen, um in Fördermaßnahmen berücksichtigt zu werden. Umgekehrt tragen auch die Veranstalter institutioneller Kunstmusikfestivals verstärkt der Wahrnehmung Rechnung, dass sich die Einschätzung, was Kunstmusik ist, gesellschaftlich stark verschoben hat und führen profilierte Musiker mit nicht akademischem Hintergrund auf. Die Abgrenzungsschwierigkeiten verlagern sich dadurch von Richtungsdiskussionen innerhalb der neuen Musik zu einer direkten Konkurrenzsituation verschiedener Genres, siehe auch EU- und F-Musik,